Radio Morgenkreis Das war ein Zitat von Prof. Dr. Hermann Veith, Mitglied der Vorjury zum Deutschen Schulpreis, gestern in unserem Webinar, wo die Schulpreisträger, die Frischgekrönten, vorgestellt wurden. Wir werfen gleich ausführlich einen Blick zurück auf das gestrige Programm. Davor geht es erstmal um heute. Heute ist Barcamp-Tag. Das heißt, das ganze Programm des Tages wird in Form eines Barcamps stattfinden. Und wer jetzt gar nicht weiß, was ein Barcamp ist, bekommt hier eine kurze Erklärung. Für diejenigen, die es schon kennen, gibt es die Möglichkeit, es einfach zwei Minuten vorzuspulen. Ich versuche es mal in zwei Minuten. Also ein Barcamp ist vom Format her gar nicht so ungewöhnlich, wenn man sich das Ergebnis anschaut. Man sieht dann einen Plan mit mehreren Workshops, die parallel stattfinden. Und man entscheidet dann als Teilnehmer, als Teilnehmerin, zu welchen Workshops man geht. Die Barcamper und Barcamperinnen haben allerdings eine eigene Sprache entwickelt. Das heißt dann nicht Workshops, sondern Sessions. Und der Plan, in dem das steht, heißt Sessionplan. Das muss man sich so vorstellen, dass man einfach fünf Zeilen hat, für jede Stunde eine. Und dann entsprechend viele Räume, die als Spalten angelegt sind. Und dann überlegt man sich, ah, okay, zu der Zeit gibt es diese Sessions, dann gehe ich da in den und den Raum. Das Ganze findet online statt. Das heißt, die Räume sind online. Zwischendurch trifft man sich alle gemeinsam im Plenum. Auch das ist ein Online-Raum, alles über Zoom organisiert. Die Links zu den Räumen teilen wir über einen Google-Doc. Dort gibt es auch die Möglichkeit, die Sessions gemeinsam zu dokumentieren und nachzulesen, was es eigentlich genau für Sessions sind, zwischen denen man die Qual der Wahl hat. Wer selbst eine Session beisteuern will, kann das bis zum Anfang des Barcamps noch tun. Ganz, ganz viele haben das schon gemacht. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Sessions, die schon im Plan stehen. Manche haben ausgefeilte Präsentationen vorbereitet. Jedenfalls sieht es für mich von außen so aus. Andere haben eine große Frage, die sie mit anderen diskutieren wollen. Und das ist auch sehr typisch für ein Barcamp, dass man einfach eine Frage hat und mit anderen über diese Frage diskutieren möchte. Es gibt jeweils zur vollen Stunde beim Online-Barcamp bei uns die Vorstellung der Sessions, die als nächstes stattfinden. Da treffen wir uns also im Plenum und jeder, die eine Session anbieten möchte, sagt kurz, wer bin ich und was ist mein Thema. Danach geht es in die verschiedenen Räume und nach etwa 40 Minuten, vielleicht 45 Minuten, gibt es 10 Minuten Pause. Dann beginnt das Ganze von vorne. Das heißt, man muss nicht den ganzen Tag dabei sein. Man bekommt auch ideal die Möglichkeit zum Quereinstieg, weil einfach zu jeder vollen Stunde die jetzt anstehenden Sessions vorgestellt werden. Soweit. Die Themen sind auch querbeet. Das sind ganz konkrete Sachen von Apps ausprobieren bis hin zu Grundsatzüberlegungen, wie man Schule neu denken kann. Das sind Sachen, die sehr regional sind. Das sind Sachen von Schülerinnen und Schülern. Das sind weltweite Sachen. Hier gibt es beispielsweise, sehe ich eine Session, berufliche Schule blickt über den Tellerrand. Eine Online-Stunde mit grenzenlos Aktiven aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Also wirklich querbeet. Wir haben ungefähr 20 dieser Sessions schon jetzt im Plan stehen. Und diejenigen, die uns vorher so einen Vorschlag geschickt haben, haben wir auch nochmal kurzfristig gefragt, wollt ihr uns noch eine Sprachnachricht schicken und da die Session schon im Radiomorgenkreis vorstellen? Das haben ganz schön viele gemacht und daraus hören wir uns jetzt ein Potpourri der Sprachnachrichten an. Wir sind der HTML-Kurs und gehen auf das St. Josef-Gymnasium Dingelstedt in die 10. Klasse. Während der Zeit von Corona haben wir in einem selbstindizierten Projekt gelernt, wie man Webseiten entwickelt. Jakob und Herr Reich werden euch unser Projekt From Scratch im Barcamp am 26.09. vorstellen. Wir wollen euch zeigen, wie wir gearbeitet, uns organisiert, was wir an Produkten erstellt und welche neuen Projekte wir uns vorgenommen haben. Falls euch das Projekt interessiert, würden wir uns freuen, wenn ihr an unserer Präsentation teilnehmt. In der Session Geschichte Lernen digital, die Möglichkeiten historischen Lernens mit VR-Videos, wird es darum gehen, wie man außerschulische Lernorte besuchen kann, ohne sie tatsächlich konkret physisch zu besuchen. Wir werden als Möglichkeit VR-Videos vorstellen, die sich auf der einen Seite ganz einfach aufnehmen und auf der anderen Seite ganz einfach im Unterricht einsetzen lassen, um darauf aufbauend zu diskutieren, ob sich mit dieser digitalen Hilfe Geschichtsunterricht, aber auch anderer gesellschaftswissenschaftlicher Unterricht vielleicht ganz neu und anders konzipieren lässt. Anfang des Jahres haben wir mit der Initiative Forum Kulturwandel Bildung begonnen, unseren Blick auf Gelingen von Veränderung zu richten. In unserer heutigen Session Kulturwandel wirksam gestalten, wollen wir mit euch in den Austausch kommen, wie Schulentwicklung anders gestaltet werden kann. Außerdem stellen wir euch YouLearn vor, die neue Lernmethode. Heute um 15 Uhr. Ich freue mich auf euch. Rose vom Forum Kulturwandel Bildung. Kennst du auch so Menschen, die Veränderungen grundsätzlich doof finden? Ich weiß nicht genau, wie es dir geht, aber ich finde Veränderungen oftmals anstrengend und doof und unangenehm. Hier kommt deshalb mein Angebot für dich, für unser Barcamp. Ich biete dir drei Perspektiven an, positiv auf Veränderungen durch digitalen Wandel zu schauen und Veränderungen aktiv zu gestalten. Mein Name ist Sebastian Nüsse und es ist meine große Leidenschaft, aus meiner Erfahrung als Lehrer und didaktischer Leiter und jetzt als externer Berater für Schulentwicklung und Digitalisierung, Lehrkräften Werkzeuge für Veränderungen an die Hand zu geben. Wenn du wissen willst, was ein 5-Meter-Sprungbrett im Schwimmbad, meine Oma und ein Eichhörnchen mit Veränderungen durch Digitalisierung und Schulentwicklung zu tun haben, lade ich dich herzlich zu meiner Barcamp-Session ein. Oder du schaust in einem meiner Barcamp-Workshops unter dem Titel Digitalpilot vorbei. Ich freue mich auf dich. Dieses Jahr ist alles anders. So auch der Deutsche Schulpreis. Mit der Ausschreibung für den Deutschen Schulpreis 2021 Spezial reagieren die Robert-Bosch-Stiftung und die Heidehof-Stiftung auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Gesucht werden zukunftsweisende Konzepte, die Schulen im Umgang mit der Krise entwickelt haben und die das Lernen und Lehren langfristig verändern können. Darüber wollen wir mit Ihnen in unserer Barcamp-Session Deutscher Schulpreis 2021 Spezial sprechen und Ihnen sagen, warum die Bewerbung sich lohnt und wie einfach eine Bewerbung ist. Wir freuen uns auf Sie. Die Logo Berufsorientierung 4.0 Psychohygiene und mein Traumberuf Martina Bestlein Berufsweg als digitaler Coach erarbeitet dir durch einige Tests und Analysen anhand eines Matching-Systems, welches Berufsfeld und welcher Beruf zu dir passt. Du wirst deine Stärken, Interessen und Leidenschaften erkennen und die Ergebnisse liegen geordnet und strukturiert in deinem persönlichen Portal. Berufliche Kontakte kannst du knüpfen, deine Kompetenzbögen liegen fertig analysiert, bereit für das Eltern-, Lehrer-, Berufsberater- und Schülergespräch und somit hast du bis dahin alles selbstbestimmt in eigenem Tempo durchgeführt. Die elektronischen Begleitbücher mit praktischen Übungen bieten Berufsorientierung als Querschnittsaufgabe für den Vertretungsunterricht. Und das alles für ein Euro pro Schüler. Neugierig geworden? Dann schau rein! Sie haben nun auch Tablets an der Schule? Glückwunsch! Aber was machen Sie jetzt damit Sinnvolles? Mein Name ist Maximilian Stoller, ich bin Fortbildner für mobiles Lernen und Lehrer an der Realschule am Rennbuckle in Karlsruhe. Die Schule verfügt über ein prämiertes Medienprofil und seit über fünf Jahren unterrichten hier alle Lehrerinnen und Lehrer in sogenannten 1 zu 1 Bring-Your-Own-iPad-Klassen. An dieser Erfahrung möchte ich Sie teilhaben lassen und stelle deshalb didaktische Konzepte für das mobile Lernen mit Tablets vor. Praxisabprobe, wissenschaftlich fundiert, verständlich. Ich freue mich auf Sie! In der Barcap-Session am Samstag um 14 Uhr. Ihr Maximilian Stoller Hallo, wir sind Janina und Carla von der Deeper Learning Initiative in Heidelberg und möchten mit euch über Deeper Learning in Learning Commons nachdenken. Aus unserer Sicht benötigt zeitgemäßes Lernen nämlich auch eine zeitgemäße Lernumgebung. Learning Commons kann man sich grob vereinfacht wie eine Mischung aus Bibliotheken und Makerspaces vorstellen. Solche Räume befinden sich in internationalen Schulen auf dem Schulgelände und bieten Lehrenden und Lernenden die Möglichkeit, frei und kooperativ und kreativ zu arbeiten. Wir wollen Fragen nachgehen wie, was ist Deeper Learning eigentlich? Wie kann man Learning Commons an deutschen Schulen entwickeln und wie ändert das die Grammatik der Schule? Darüber möchten wir uns gern mit euch austauschen. Wir freuen uns darauf! Guten Morgen zusammen! Wir, Bianca und Katja von der Montagsstiftung Jugend und Gesellschaft und Lena Kästing von der Helios Schule Köln stellen euch in zwei Barcamp-Sessions das Software- und Schulentwicklungsprojekt Lernlog der Digitale Lernbegleiter vor. Im Zentrum steht die Frage, wie können selbstorganisierte Lernprozesse digital geplant, begleitet, dokumentiert und reflektiert werden? In der ersten Session um 14 Uhr geben wir euch einen Einblick in die pädagogische Vision, den Entwicklungsprozess mit Schulen für Schulen sowie erste Erfahrungen aus der Nutzung der Beta-Version an der Helios Schule. In der zweiten Session ab 15 Uhr werden wir euch dann einen Live-Einblick und Testing von der Beta-Version ermöglichen. Bei dem könnt ihr erste Funktionalitäten selbst ausprobieren. Seid ihr neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf den Austausch mit euch. Bis dann! Wir vom Gradestaub Bodensee V gestalten das Barcamp Let's Plays, eine neue Möglichkeit des Schüler- und Schülerinnen-Referats. Bei Let's Plays handelt es sich um Videoaufzeichnungen, bei der man einer Person beim beispielsweise Zocken vom PC-Spielen zuschaut und die dabei ihre Spielerfahrung kommentiert. Wir möchten uns im Barcamp dazu Anregungen geben, wie Schülerinnen und Schüler Unterrichtsinhalte mit Hilfe von Games sicher arbeiten können und diese dann als Let's Plays-Videos der Klasse präsentieren könnten. Da dies unserem Wissens nach nur eine Idee ist, die bisher noch nicht so umgesetzt worden ist, würden wir gerne mit euch über diese Art der Unterrichtsleistung diskutieren und weitere Anregungen zum Thema mit euch sammeln. Wir freuen uns auf euch! Um digitale Medien mündig und reflektiert zu nutzen, gilt es nicht nur zu wissen, wie man ein Medium bedient und welche gesellschaftliche Wirkung es hat. Vielmehr ist es erforderlich, die technische Funktionsweise aktiv wahrzunehmen, zu hinterfragen und zu reflektieren. Denn erst durch ein grundlegendes Bewusstsein für das Wirken von Algorithmen können resultierende Auswirkungen beurteilt werden. Im Rahmen des Impulses werden praktische Ansätze vorgestellt, mit Hilfe derer bei SchülerInnen der fächerübergreifende Aufbau von Problemlösekompetenz gefördert und gleichzeitig ein Reflektieren der Wirkungsweise von Algorithmen ermöglicht wird. Hierzu wird der Lernroboter Osobot herangezogen, der sich aufgrund unterschiedlicher Zugänge und Niveaustufen in ganz verschiedenen Kontexten bzw. Fächern einsetzen lässt und sich für alle Jahrgangsstufen und Schulformen eignet. In der Session heute Nachmittag um 15 Uhr, Kulturwandel auch in der Netzwerkarbeit, freuen Sebastian Fiesel und ich, Lisa Selge, uns über alle, die schon erste Ideen in der Telegram-Gruppe DSA Norddeutschland ausgetauscht haben, wie wir uns über die Themenwoche hinaus vernetzen können. Natürlich freuen wir uns auch über alle, die sich mit und in der Region Nord vernetzen wollen und noch nicht in der Telegram-Gruppe waren. Bis später! Ich fand das beeindruckend. Wer das jetzt hört und es nach dem 26. hört, kommt zu spät. Man kann sich dann vielleicht noch über die Website der Deutschen Schulakademie die Dokumentation angucken. Die Sessions werden als Video nicht aufgezeichnet und zu einigen wird es aber sicher trotzdem eine Dokumentation geben. Wer das morgens hört, also vor 10 Uhr am Samstag, den 26. September, kann noch schnell dazukommen. Den Link gibt es in der Tagesmail, die jeden Morgen verschickt wird. In diesem Fall war das schon gestern, weil wir die Tagesmails zum Samstag schon am Freitagabend losgeschickt haben. Und wer noch ganz kurzfristig dazukommen möchte, im Laufe des Samstags findet die Möglichkeit, wenn er schon angemeldet ist, ebenso über die E-Mail. Wer noch nicht angemeldet ist, kann sich schnell anmelden und bekommt dann umgehend den Zugangslink zum Barcamp. Wir wollen auf das Programm von Freitag zurückblicken, beziehungsweise zurückhören. Und da ging es um das Thema großer Wurf oder kleine Schritte. Wie kann der Weg zur digitalen Schule aussehen? Dabei waren Matthias Wisocki und Michael Pehle von der Schiller Schule Bochum, beziehungsweise von der Winterhuder Reformschule. Und auch dabei war Stefanie Pröbsting. Und die bitte ich jetzt mal um ihren Bericht. Ja, gerne berichte ich über das Webinar, in dem zwei Schulen ihre unterschiedlichen Herangehensweisen auf ihrem Weg zu einer digitalen Schule vorgestellt haben. So hat Matthias Wisocki, didaktischer Leiter der Schiller Schule Bochum, aufgezeigt, wie die Schule in eher kleinen Schritten in einem mehrjährigen Prozess es geschafft hat, dass sie seit ungefähr einem Jahr in jedem Fach mit digitalen Geräten arbeiten. Interessant fand ich in diesem Prozess, dass zu Anfang, vor ungefähr vier Jahren das Ziel stand, die Schule moderner zu gestalten, unter anderem mit Blick auf technische Ausstattung. Im Vordergrund stand jedoch immer die Frage auch nach dem Warum, also dem pädagogischen Konzept der Schule, die Lehr- und Lernkultur. Es wurde ein Leitbild geentwickelt in einem sehr partizipativ angelegten Prozess mit der Schulgemeinde, mit Eltern, Lehrern und Schülerinnen und Schülern. Und dabei stand immer auch die Frage nach dem Mehrwert der digitalen Medien im Vordergrund. Dies mit Blick auf echte Partizipation, Individualisierung, aber auch Interaktion und Kollaboration, also die Kompetenzen des 21. Jahrhunderts. Es wurden Grundsätze entwickelt, um digitales Lernen zu fördern. Michael Pehle dagegen hat dann vom großen Wurf berichtet. Michael Pehle ist Lehrer der Winterhuder Reformschule und hat berichtet, wie die Schule kurzfristig den Sprung in die Digitalität geschafft hat. An der Schule gab es schon im Dezember 2019 erste Versuche, eine Plattform zu finden und zu etablieren, aber es gab wenig Interesse bei den Schülerinnen und Schülern. Durch den Lockdown wurde dies dann aber im März 2020 wieder aufgegriffen und innerhalb von wenigen Tagen mit dem gesamten Kollegium wurde die Plattform aufgebaut und Schülerinnen und Schüler eingeladen, sodass der Unterricht auf MS Teams laufen konnte. Beeindruckend finde ich hier, dass vor allen Dingen das gemeinsame Lernen unter den Kolleginnen und Kollegen und Schülerinnen und Schülern ein Motor der Entwicklung war. So haben zum Beispiel die Lehrkräfte ganz zu Anfang im Kollegium Tutorials erstellt, Anleitungen entwickelt und die Lehrkräfte haben sich untereinander geschult und haben sukzessive so den Unterricht über MS Teams aufgebaut. Was die Fragen betrifft, es gab viele Fragen im Mentimeter, unter anderem auch die Frage, wie Eltern mit ins Boot geholt werden und da waren sich Matthias Wisocki und Michael Pehle einig, dass es vieler Informationsveranstaltungen bedarf und Gespräche, dass es nicht das eine Konzept gibt, sondern dass man auch Kritiker ernst nehmen muss und gemeinsam überlegen muss, welchen Weg die Schule gehen kann. Stefanie Pröpsting für die Deutsche Schulakademie. Das zweite Webinar hatte den Titel Wie kann Führung einer Schule im virtuellen Kontext gelingen? Zwei Schulleitungen waren dabei, Maike Schubert, die sowohl für die Deutsche Schulakademie tätig ist, als auch die Winterhuder Reformschule in Hamburg leitet und Anna Fröhlich von der Grundschule Westersburg. Für die Deutsche Schulakademie berichtet uns Lena Häusler. Ich kann zwar entscheiden, aber ich habe nichts davon, wenn das nicht mitgetragen wird. Ich muss also überzeugen. Das ist eine der Botschaften, die mir hängen geblieben ist aus dem heutigen Webinar, bei dem es um Führung ging. Und auch hier lag ein großer Fokus darauf, welche Kultur braucht es denn für welche Art von Führung. Ein starkes Plädoyer unserer Impulsgebenden für die Schaffung von kooperativen Teamstrukturen, um Schule überhaupt entwickeln zu können. Von einer Kultur, wo das Kollegium wirklich eingeladen wird und ermutigt wird, gemeinsam zu lernen und zu reflektieren. Und solche Prozesse nicht als Zeitverschwendung zu empfinden, sondern sich nicht nur auf das Organisatorische zu stürzen, sondern sich auch wirklich für diese Art von gemeinsamer Arbeit Zeit zu nehmen. Es gab Einblicke in die Praxisarbeit unserer beiden Schulleiterinnen, die zum einen davon berichteten, wie wichtig es ist, auch klare Aussagen zu treffen, also wirklich auch um Orientierung zu geben und dabei eine gute Portion Optimismus auszustrahlen. Und wie viel Kraft das aber auch kostet, ständig eine gewisse Risikobereitschaft mitzubringen und Herausforderungen laufend anzunehmen. Im Gegenzug ist es auch sehr wichtig, dann auf sich selber zu achten, gut auf sich aufzupassen. Als Tipp kam noch, auch wirklich im Team nachzufragen. Wenn man gut führen möchte, fragt in eurem Team nach und geht gemeinsam kleine Schritte. Das ist viel versprechender, als Gutes von oben zu verordnen. Das war Lena Häusler für die Deutsche Schulakademie. Gestern Abend um 18 Uhr ging es dann um Gewinner, Gewinnerschulen, nämlich die Preisträgerschulen des Deutschen Schulpreises 2020. In einem Webinar der Robert-Bosch-Stiftung waren sowohl Schüler wie auch Lehrer und Schulleitungen aus den gerade mittwochfrisch gekürten Schulpreisträgerschulen vertreten. Und Andrea Preuska von der Robert-Bosch-Stiftung hat uns davon eine Zusammenfassung geschickt. Was haben zwei Grundschulen? Eine Berufsschule, ein Gymnasium und zwei Gemeinschaftsschulen gemein? Sie sind alle Preisträger des Deutschen Schulpreises 2020, den die Robert-Bosch-Stiftung und die Heidehof-Stiftung gemeinsam mit der ARD und der Zeitverlagsgruppe seit 2006 ausschreiben. Im Webinar mit der Leitfrage, wer sind die Preisträger 2020, haben wir mit den in dieser Woche ausgezeichneten Siegerschulen darüber gesprochen, wie sie die Preisverleihung erlebt haben, was ihre Beweggründe für eine Bewerbung waren und was die Konzepte und Ideen sind, die sich andere abschauen können. Denn Abschauen ist beim Deutschen Schulpreis erwünscht. Die Hauptpreisträgerschule kommt in diesem Jahr aus Hannover, die Ottfried-Preußler-Schule. Sie hat die Auswahlgremien überzeugt, so Hermann Veith, Professor für Pädagogik in Göttingen und Leiter des Regionalbüros Hamburg, des Deutschen Schulpreises und der Deutschen Schulakademie. Sie hat überzeugt, nicht nur mit einem herausragenden Inklusionskonzept, sondern auch mit einer Pädagogik, die die Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt rückt. Schulleiterin Vanin sagt dazu, dass nicht einige inkludiert werden müssen, sondern alle ihrer 400 Schülerinnen und Schüler in ihrer Einzigartigkeit wahrgenommen, individuell gefördert und gefördert werden. Die Schule aus Niedersachsen bewarb sich eigentlich mit dem Ziel, in das Entwicklungsprogramm des Deutschen Schulpreises aufgenommen zu werden. Moderator Lennart Brinkhoff scherzte, dass dies wohl nicht ganz geklappt habe, man sich nun aber auf den Austausch im Netzwerk der Preisträgerschulen des Deutschen Schulpreises freuen kann. Auch die anderen Preisträger des Jahres, die berufsbildenden Schulen aus Einbeck, die Grundschule im Schuttertal, das Gymnasium Essen Nordost, die Marie-Kahle-Gesamtschule aus Bonn und die Hartz-Schule aus Durmersheim gaben Einblicke in ihre pädagogische Arbeit. Feedback für Lehrkräfte und Schulleitungen durch Schülerinnen und Schüler, Philosophieren über Erziehung und Glück mit Grundschülern, selbstorganisiertes Lernen, das auch in Corona-Zeiten trägt und Vielfalt als Chance und Bereicherung. Das waren die Themen des heutigen Abends. Alle Schulen waren sich einig, Schulentwicklung dauert lange und ist ein steiniger Weg. Aber er lohnt sich. Für die Robert-Bosch-Stiftung Andrea Preusker. Am Abend um 20.15 Uhr gab es dann gestern noch die große Abschlussveranstaltung, wo wir ganz viele bunte Schlaglichter von der Themenwoche zusammengetragen haben. Wir hatten die vier Moderatorinnen des Programms bei uns und das Ganze lässt sich nicht zusammenfassen. Deswegen an dieser Stelle nur der Hinweis, dass Sie die Aufzeichnung über YouTube und die Website der Deutschen Schulakademie nachschauen können. Nun geht sie zu Ende, die Online-Themenwoche von der Deutschen Schulakademie in Kooperation mit der Agentur J&K, Jörn und Konsorten. Wir haben viele Webinare, viele Online-Vorträge und noch mehr Sessions im Barcamp gehabt und ganz viel davon ist jetzt noch nicht beendet, denn es gibt noch mehrere Punkte. Das erste ist die Dokumentation. Man kann über die Website und über YouTube sich fast alle Webinare und Vorträge anschauen. Das Barcamp bildet eine Ausnahme, da stand die Live-Diskussion im Vordergrund. Und bei vielen Punkten im Rahmen des Programms haben wir auch ergänzende Links oder Präsentationen der Referenten verlinkt. Das Ganze findet man, so wie man auch das Programm gefunden hat. Man geht auf die Website zur Online-Themenwoche, guckt unter Programm, sucht sich den Programmpunkt des Interesses aus und dort findet man all das. Was wollen wir jetzt noch von Ihnen und von Euch? Wir würden sehr, sehr gerne wissen, was wie gut geklappt hat. Es gibt von der Deutschen Schulakademie eine Evaluation, einen kleinen Feedbackbogen. Die E-Mail mit dem Link dorthin wird am Samstag, also heute, voraussichtlich nachmittags verschickt. Und meine persönliche Bitte, wir würden auch sehr gerne erfahren, wie dieses Format Radio Morgenkreis funktioniert hat. Also der Evaluationsbogen insgesamt zur Online-Themenwoche, der hilft uns schon sehr für die Weiterentwicklung dieser Formate. Und das Radio Morgenkreis würde mich nochmal besonders interessieren, wie das funktioniert hat und wie man es sich noch besser vorstellen könnte. Was es noch gibt, sind die Telegram-Gruppen, die jetzt auch nicht über Nacht abgeschaltet werden. Wir haben keine Lösung für alle Telegram-Gruppen gleichermaßen, sondern werden in den Gruppen selbst schauen, ob oder wie die noch fortgesetzt werden oder wann sie denn aufgelöst werden. Vielen Dank an das Team der heutigen Sendung. Das waren all diejenigen, die uns Sprachnachrichten zu den Sessions im Barcamp geschickt haben. Das waren die beiden Korrespondentinnen, Stefanie Pröbsting und Lena Häusler, die Chefin vom Dienst, Fung Nüen. Musik und Jingle kommen von Axel Janssen, die Kinderstimmen von Fenja und Oskar. Eine Person muss an dieser Stelle erwähnt werden, die die ganze Woche noch nicht genannt wurde, obwohl sie dafür zuständig ist, dass ihr überhaupt mitbekommt, dass es einen Radiomorgenkreis gibt oder alle anderen Programmpunkte, weil sie für alle Mailings und Telegram-Verschickungen zuständig war. Das ist Alisa Schomacker. Vielen, vielen Dank. Großartige Arbeit. Bei der Deutschen Schulakademie liegt die Projektleitung bei Alexandra Braun. Bei der Agentur J&K, Jörn und Konsorten, waren Julia Zwick und Blanche Fabri für die Koordination zuständig. Moderation und Konzeption von Radio Morgenkreis kommen von Jörn Muß-Meerholz. Vielen Dank. Vielen Dank.